SANTAMARIA SANTAMARIA Ja und Kalko, ich weiß, dass du's bist. Kalko, ich weiß, dass du's bist. Jo! Jo! Du Arsch! Nee, es ist Katastrophobie. Kackfohra, merk ich mir. Der Kackfohra. Wie kann man in-game reden? Was war das für ne Waffe? Alles klar, fängt schon gut an hier. Hey, Danny, wie kann man in-game reden? Ich hab's auf alt. Ich weiß nicht, wo du's hast. Ah, ich hab keine Ahnung. Mir die Schuld geben, ja. Ach, halt dein Maul. Das sind die Richten hier, ganz ehrlich. Das sind die Richten. Aber habt ihr gesehen, wie ich... Das ist so, das hast du dich so angewöhnt. Ja, haben sie. Das gewöhnt man sich halt an. Es gibt auch... Sag ich mal... Danny, was ist los? Alex, du kannst doch in-game reden. Stell es dir einfach... Wie denn, Mann? Ich hab nicht mal ne Waffe. Ja, Mongo. Hey, sorry, war ausversehen. Du kannst mich am Arsch lecken, mich am Arsch lecken. Es war wirklich ausversehen, ich hätte mich selbst. Warte. Mongo, da ist es. Ist mir völlig egal. Leck mich. Ist mir eh egal. Hey, rechts unten! Du hast mich schwach. Du hast mich schwach. Ich bin doch nicht mehr. Hör auf, hör auf mich abzuschießen. Hör auf mich, au-ju-ju, Mann. Wer ist es denn? Ich spitzt doch nicht mal. Alex macht das gewöhnt. Fest drauf. Ich bin in die Liga. Der hat mich aufgeknallt auf LVB. Der hat mich aufgeknallt auf LVB. Ich muss mich anschießen. Ich weiß auch nicht. Wer ist es denn hier einfach auf? ß mg- Das h Gardenscheid macht mich gar nicht einfach aufs St ins ganze 아니면. 觉 ob du was möchtest. Santa-Maria, Oh ja, Oh ja. Scheiße, der Trick hat nicht geheppt. Wenns, nenn mich ist oben am PS da. Ich muss ja nur überleben von der Theorie... Oh, das ist langweiler. Ihr seid ein geiles Versteck in der Höhle da unten. Da findet dich nie einer. Leckt der Server,ن oder bin ich das? Gut, ja. Meine Frage, wie heißt du richtig? Leckt der Server oder bin ich das hier? Du bist der, der leckt. Du bist ein kleiner Lecker. Ey, das Spiel macht jetzt schon wieder Spaß. Das Ding leckt doch wie Hölle. Was ist denn das für ein Scheiß-Zero? Nein, ich will keine Rifle. Ich habe gemeint, dass das noch vor der Runde war. Ja, 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 dann sind sie schwanger. Ich bin DT, zu lief. Oh, nein. Oh, wir haben zwei Trainer. Jetzt kriegst du richtig auf die Eier. Ey, auf welcher Tasterin ist mal normal. Dann sind sie schwanger. Ich hab's auf alt. Tasterin ist mal normal, ich hab's vergessen. Weiß nicht, ich hab's auf alt gelegt. Ja, ist das hier. Hey, Alter. Hey, Alter. Vielermaßen kann man nicht vertrauen. Ey, Alter. Ey, Alter. Ey. 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 Flauer Power. Wo ist der? Was? Ich hab' einen Turm noch. Ey, Junge. Ey, mach du Scheiße, Alter. Ich hab' Benni abgekleilt und er kleilt einfach. Benni, weißt du, wer dich aufgekleilt hat? Nein, oder? Loll. Ich hab' dir Quickscope gegeben vom Turm aus und du hast ihn einfach abgekleilt. Das war rechts von mir angezeigt worden und er war Flau-Opfer. Ich weiß, weil ich hab' grad nur so dein Fuß gesehen. Katz, da hast du da mit einem Schuss-Setting aus diesem Verschock. Toll, das ist ein Null. Soll ich mit... Soll ich mit dem Scheiß? Ey. Was? Wer... Eins, wer darf ich? Ja, du kannst mir vertrauen. Ey, lol. Wer hat mich umgebracht. Aber mich hat einer angeschnippert nochmal. Angeschnippert. Ich bin ein bisschen eskaliert. Aber es eskaliert jeder. Die Situation ist eskaliert. Ich bin eskaliert. Dir vertraue ich nicht, du bist Trader, eindeutig. Jetzt schießt mich schon einer meiner Shotgun an. Yamas. Killermas. Hä? Das war... Ich hab dich nicht an... Okay, warte, Jungs, warte. Es ist Killermas. Killermas hat den Shotgun. Das ist so lustig. Gut gemacht, Joga. Ich bin mal vernünftig. Ich will richtig spielen. Da wurde jemand sofort getötet. AWP-Schütze aus dem Turm. Alle, die im Turm sind tot. Ey, ich bin in den Turm. Auf fest, du bist du schlecht, Alter. Nein, Alter. Er fällt einfach so runter. Warum werdet ihr alle Trader und ich nicht? Ich bin verflucht. Ich will mal die Töchter werden. Ich kenne einen Bug, wie man alles wird. Jawohl, langsam. Das ist geil. Junge. Also ich muss mal die Runde ein bisschen vernünftig spielen. Alex kriegt diese Runde keinen Headshot. Du 13-jähriges Kind hättest meiner Maul. 13 hältst du ja noch 10? Ja, oder so, Alter, ist mir doch egal. Ich bin ein Jahr älter als 13. Mathe, ähm... Ach so, ach so, 11. Ich bin 10. Alles klar, Bruder, läuft mit mir. Ich bin 10. Ja, du bist 10. Schlimm genug, Alter, hast du 10 bist, Alter. Und mit so einem Gary-Smartin. Bin 11. Ich bin 11. Der ist komm, und das sind gebacken, Alter. Ich bin 11. Ich bin 11. Ich bin 11. Ihr Kontakt, Alter. So hab... Vielen Dank.